Wir kommen, meine Damen und Herren, zurück zu den Männern. Mittelgewicht angesetzt, der nächste Kampf auf acht Runden. Walk in in die blaue Ecke aus Frankreich, Medi-Boadla. Aus Frankreich, Medi-Boadla. Der Walk in in die rote Ecke aus Hamburg, aus dem Spotlight-Boxing-Team, Gennady Golovkin. Aus Hamburg, Gennady Golovkin. Der Boxer in der blauen Ecke ist 25 Jahre alt, 1,74 Meter groß, 72,1 Kilogramm schwer und Profi seit Oktober 2003. Sein Rekord als Profi, zwölf Kämpfe, elf Siege, davon vier durch K.O. aus Frankreich, Medi-Boadla. In seiner Ecke sein Trainer, Nasa Lalawi. Die rote Ecke, 25 Jahre alt, 1,78 Meter groß, 72,5 Kilogramm schwer und Profi seit Mai 2006. Sein Rekord, meine Damen und Herren, als Profi. Acht Kämpfe, acht Siege, alle durch K.O. Als Amateur war er Junioren-Weltmeister, fünfmal Asienmeister, Silber bei der Olympiade 2004 und Weltmeister 2003. Aus Hamburg, Spotlight-Boxing-Team, Gennady Golovkin. In seiner Ecke sein Trainer, Maugumit Shaburov mit seinem Team. Die offiziellen Punktrichter, Arnold Golger, Iko Bebic, Ring- und Punktrichter, Frank Michael Maas. Clean fight, wenn du geholt, Katschlafen und guten Lack, okay? Okay. Katschlafen, Katschlafen, Katschlafen. Katschlafen, Katschlafen, Katschlafen. Katschlafen, 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 Katschlafen. Katschlafen, 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 Katschlafen. Katschlafen, 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 Katschlafen. Katschlafen, 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 Katschlafen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Ah, Gen, pusty ihn, bitte. Pusty, bitte, bitte. Geh, gehen. Und da, wo du nach ist, muss man gehen. Ein paar nachdenken. Die sind, die sind, die kann er mit dem Ancelerieren. Es gibt keine Ancelerieren. Er muss nicht an die Ancelerieren. Er muss nicht an der Ancelerieren. Er muss nicht an der Ancelerieren. Dann ist er wieder. Stimmen! Vielen Dank. 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 Watch your hip. Time. Ring-Frau Runde 4. Second out. First 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 out. Das ist gut, das ist gut. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 ... 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 Ring bei Runde 6. Box! Runde 6. Das ist ich mit mir zu schlafen. Stop! Stop! Box! ... 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 Ich bin aus! Segen schlussig, sich die Ölgelt. Es ist ja schön. Der erste Sieg. Der erste Sieg. Kommt. 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 Er ist das, das erreste ist, zu tun. Er ist das nicht so. Sie sind da, die Brüste. Ihr seid da, der Brüste. Das ist der Brüste. Das ist der Brüste. Das ist das, was wir tun zu tun. Ihr habt die Brüste. Die Rätsel ist das zu sein. Ihr seid zu machen. Ihr seid zu machen. Ihr seid zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hier das offizielle Urteil. Wir gehen auf die Punktzettel. Iko Bibic, 79, 75. Frank-Michael Maas, 78, 74. Arnold Golga, 78, 74. 79, 75, 78, 74, 78, 74. Und damit einstimmiger Sieger nach Punkten aus dem Frontline-Boxing-Team, Gennady Golovkin. Und noch mal ein Dankeschön an Mehdi Boatla. Vielen Dank. Vielen Dank.